hallo freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play world of tanks blitz heute mit tönen am start da ich ein bisschen alles untergestellt habe heute im fliege einzug mit dem christian ich wollte zählen aber mein aufnahmeprogramm ist einfach zu dumm dazu ist einfach er einfach anzunehmen weiß auch nicht warum ich hoffe er hört genug und ich hoffe auch er hört mich wenn ich tut es mir leid auf jeden fall christian hat den klang gewechselt wisst ihr ja schon hoffentlich warum ist der eigentlich besser als ich hatte den top motor drin oder was hatte drin ich weiß es nicht freunde heute fahren wir auf jeden fall in oasenpalmen tiger 1 so rum ein bisschen chili mili t252 stoppt ihr ihr wisst wie es läuft freunde wir werden die gegner jetzt entweder zerstören oder wir werden die basis einnehmen ich werde wahrscheinlich damit beschäftigt werden die hier die gegner zu zerstören damit hier mal um die ecke spotten hier ist schon ganz kleiner spalt freunde mehr dadurch zieht könnt ihr was erahnen denn wenn ihr hat vorher was zu reisen was machst du jetzt genauso gespottet hat damals wahrscheinlich auch soll ich sagen ja auch ja ja an ich ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, dann schießen die jetzt mal Die Gegner machen es sich ein bisschen sehr einfach Ich dachte, was man sagen darf Meine Fresse, SOS! Kommt da auch mal jemand! Was versteht ihr daran nicht? Junge, ihr dummen Wichser Und der zeigt sein Heck Meine Fresse, Alter Der zeigt sein Heck Und da wundert er sich, dass er tot ist Sorry, Alter, aber es ist wirklich so Meine Fresse, Schwuchteltaktik der Gegner Unglaublich, hoffentlich kann der T29 jetzt noch was ausrichten Meine, unglaublich Was machst denn du? Dreh dich doch um und kämpf! Nuss, Alter Der Plan passt zu dir Du schießt ihn doch ab! Es ist denn so schwer, Freunde Meine Fresse Er, du willst Hilfe? Ja, am Arsch kriegst du die Beine Geschwuchteltaktik, Alter Es killt ihn der Stuck, Alter Geschwuchteltaktik, Alter Was soll man dazu sagen? Meine Güte, ey Ich krieg heute schon wieder zu viel von diesem Spiel, ey Ich nehme euch für euch auf Weil ich halt eigentlich heute Bock hatte Aber wenn ich diese Gegner schon wieder sehe Guck mal hier, Schwuchtel, Alter Guck mal hier U-A-Voot Was laberst du? Ach, die dummen Köpfe, Alter Meine Fresse Ich habe keinen Bock mehr auf Tier 7 Nur leider muss ich da durch Wenn ich den E100 haben will Ja, natürlich Goldstadt Ach, meine Fresse Ja, Freunde Wenn ihr mal Irgendwas haben wollt Könnt ihr Müsst ihr nur zu mir kommen Naja, wir werden dann spielen Oder so Keine Ahnung Und dann telefonieren Weiß ich nicht Ähm Meine Telefonnummer Kann ich auch schon sagen Ich hasse mein Handy Ich hasse die Telekom Ich hasse Was hasse ich noch Ich hasse eigentlich Gerade das World of Tanks Spiel Ich hasse gerade Wargaming Weil die Bonus Calls nicht geklappt haben Ich hasse Was hasse ich noch Ich hasse allgemein Dass es jetzt gerade nicht klappt Weil die Weil es einfach Ich hasse Ich hasse Ich hasse Ich hasse Ich hasse Was ist denn das Warum gehst du da hinten nicht weg Und mein Handy funktioniert auch nicht Mein Mann Ich reg mich gerade so auf Schmutzige Scheiße Lock mich halt Jetzt geht doch auf Angriff, Junge Angriff Weißt du was das ist Angriff Komm jetzt mach ihn fertig Wieso rammt er ihn denn nicht weg Ja wenigstens das geht noch Gut gemacht Ja halt auf die Valentina 2 Gut doch Gut doch Jetzt kämpft einer gegen drei Ja Freunde Ich muss bis heute Schluss machen Glaube ich Ja wird halt eine kürzere Folge Weil ich kann dieses Spiel nicht mehr sehen Ich kann es nicht mehr sehen Ja Leute Ciao Euer René Morgen geht es dann frisch weiter Ich hoffe es hat euch gefallen Bis zur nächsten Folge Ahoi Brause Euer René Ja Ich bin Ja Ich bin Ich bin